Na alle zusammen, mich hier ist wieder, heutzutage, und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar geht es heute mal um ein wenig anderes Thema, kein Mountpad Achievement-Gedöns, sondern es geht um einen Bug, um genauer zu sein, um einen Anima-Bug. Mir hat jetzt vor ein paar Tagen auf einmal 6000 Anima, Pi mal Daumen, gefehlt. Und da dachte ich mir, hm, wo ist das Anima hin? Ich habe herausgefunden, wo das Anima verschwunden ist, habe auch ein Ticket geschrieben, was wir uns gleich noch angucken werden. Und will euch das einfach mal zeigen, dass euch vielleicht eventuell nicht das Gleiche passiert. Bei mir war es so, dass das Anima durch die Monstrositätenfleckerei verschwunden ist. Und zwar bin ich da hin, habe das jetzt vor einer Woche abgegradet auf Rang 2 und habe dann gesehen, oh, ich kann hier Pets herstellen, die kosten mich einfach nur so ein paar formbares Fleisch. Das kriege ich, wenn ich die Monstrositätenfleckerei habe, bei jedem dritten Mob gefühlt. Also ich habe da einen Haufen von. Und diese Knochen kannst du mal kaufen für ein, zwei Gold. Also das sind beides quasi Mats, die einem hinterhergeschmissen werden. Und das Pad hatte irgendwie im Auktionshaus so einen Wert von 10.000 Gold. Da dachte ich mir, uh, riesen Goldquelle, stelle ich ein paar Dinger her. Mehr steht hier nicht dran. Das Ding ist, was hier nicht ausgewiesen wird, dass das Ganze auch Anima kostet. Und zwar 750 Anima steht nicht dran. Ich bin ordentlich hergegangen, habe einen Haufen von denen gecraftet und wollte die im Auktionshaus verkaufen. Ich bin dann später draufgekommen, weil ich versucht habe zu rekapitulieren, was ich alles an dem Tag gemacht habe, wo vielleicht der Fehler liegen konnte. Und ja, bin dann schlussendlich draufgekommen, es muss wahrscheinlich daran liegen. Habe mir noch ein Pad hergestellt, habe gesehen, okay, ich habe Anima verloren. Und dann habe ich mir erst mal ein Ticket geschrieben. Ich war ein bisschen angesäuert, weil ich habe mir schon, ich glaube, 6, 7, 8 Pets habe ich mir hergestellt. Und ich habe mir ja die Anima gefarmt, um dementsprechend mir bestimmte Sachen herzustellen, beziehungsweise mir Items zu kaufen. Und der eine oder andere weiß vielleicht von euch, ich bin jemand, der die ganzen Transmog-Sachen mittlerweile sammelt und solche Geschichten. Also da braucht man sehr, sehr viel Anima. Aber mehrere Tausend, Zehntausend, Hunderttausend Anima, wenn man sich alles kaufen will. Deswegen, ja, möchte ich das Anima nicht für solche Sachen raushauen. Genau, ich kann euch das mal zeigen. Zum Beispiel, hier gibt es so einen Händler. Diese ganzen Transmog-Sachen, wenn man die kaufen will, dann ist man einiges los. Da geht es hier bei 3.000 los. Und ich will mir ja nicht nur die kaufen, sondern auch von den anderen Covernants. Also ich brauche da auf jeden Fall einen Haufen Anima. Soll ich zwischendrin Mana sagen? Ich meine Anima, aber es, ja. Auf jeden Fall habe ich ein Ticket geschrieben mit nicht sonderlich vielen Erwartungen. Oder mit einer nicht sonderlich großen Erwartungshaltung. Hier haben wir einmal die Antwort. Hier erstmal der Kundendienst bedankt sich hin und her. Zum wichtigen Teil. Die Herstellung eines Haustiers kostet neben den Materialien auch 750 Anima leider, das leider durch einen Bug derzeit nicht beim Herstellen angezeigt wird. Genau. Also das ist genau die Geschichte. Der GM gibt es hier. Zugeben ist ja jetzt ein bisschen zu viel. Die haben ja jetzt hier nichts großartig falsch gemacht. Das ist halt ein Bug, ne? Und das Gute ist, ich habe meine Anima zurückbekommen. Und ja. Dementsprechend bin ich fein raus. Hat jetzt, war eine Woche gedauert, bis der GM sich gemeldet hat. Aber glücklicherweise, Anima gab es zurück. Jetzt vielleicht für euch, die das Ganze vielleicht schon betroffen hat. Wenn ihr euch euer Anima auch zurückhaben wollt, wenn ihr auch einige Pets hergestellt habt, schreibt ein Ticket. Ich habe es zurückbekommen. Vielleicht bekommt ihr es auch wieder. Und für die Leute, die jetzt vielleicht anderen Covenant haben, ich kann nur mutmaßen, dass es bei den anderen Covenants vielleicht ähnlich ist. Ich bin bei denen noch nicht so weit mit meinen Twings. Wenn ihr was herstellt, guckt mal, ob euch vielleicht Anima abgezogen wird, und was nicht dran steht, anscheinend ist es ja aber mittlerweile ein bekannter Bugball-Bizard. Vielleicht ist das dann auch noch bei anderen Covenants der Fall. Genau. Das war es eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, wenn ihr euch Anima verloren habt, schreibt vielleicht ein Ticket. Oder ja, ihr könnt auch die Pets herstellen, Gold machen, wenn euch das Anima nicht so wichtig ist. Man kann ja hier auch einige andere Sachen kaufen, um so ein Anima auszugeben. Ich bin jetzt fast am Cap bei 35k und werde jetzt anfangen, mir die ersten Transmog-Sachen davon zu kaufen. Gold mache ich ja über andere Wege, aber das zeige ich ja dementsprechend in meiner kleinen Gold-Tagebuchreihe. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Jetzt kann ich auch das Ticket endlich mal schließen. Und ja, dann sehen wir uns bei den nächsten regulären Videos wieder, wenn es dann wieder um Mounds, Pets, Toys und alle möglichen anderen Collectibles geht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.